so dies ist mein kanaltrailer wir haben hier auf dem kanal minecraft news unter anderem diese sind recht aktuell ich versuche die immer aktuellen tag zu bringen wenn was neues rausgekommen ist und täglich kommt dazu one minute minecraft wo wir gleich schwenken werden hier versuche ich minecraft in nur einer minute am tag durch zu spielen allerdings mache ich da auch andere projekte zudem gibt es auch tutorials auf dem kanal jetzt letzten fall letzte woche ist das erste erschienen dass es hier dieses dort stelle ich euch redstone contraptions vor und jetzt bin ich bei creeper ariador creeper ariador ist eine server season von mir und ein paar freunden organisiert und dort spielen wir auf dem server gemeinsam survival minecraft und dies ist ein kleiner trailer dazu für die letzte season